Das ist eine sehr spannende, interessante Aufgabe, diesen Verein, der doch die letzten Jahre einerseits sportlich, andererseits auch, was die Außendarstellung anbelangt, relativ schlecht wegkam in der Öffentlichkeit. Und das ist ein Ziel von uns allen, das wieder zu ändern. Ich habe diese Saison eigentlich fast jedes Spiel der Mannschaft gesehen. Benno, man kennt sich natürlich über die Jahre, man sieht sich immer wieder. Wir haben jetzt noch nie miteinander zusammengearbeitet, aber ich habe mal Benno vor Jahren in Fürth besucht, wo er noch Trainer bei Kreuter Fürth war und haben uns mal den ganzen Abend über Fußball ausgetauscht. Das war sehr interessant und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Es ist klar, dass viel Arbeit vor uns liegt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist eine ganz interessante Aufgabe, da gemeinsam mit der Geschäftsführung, mit dem Trainerteam das alles zu verbessern. Also es waren Kleinigkeiten, es waren Nuancen, die dazu geführt haben, dass du keine Punkte geholt hast. Und das sind Dinge, die jetzt der Trainer künftig verbessern wird und mit der Rückkehr der verletzten Spieler glaube ich schon, dass da eine Mannschaft das Potenzial hat, auf jeden Fall die Klasse zu halten. Der Klassenerhalt steht über allem. An alles Weitere soll man momentan gar nicht denken. Das ist eh eine schwierige Aufgabe, aber es ist keine unlösbare Aufgabe, weil ich einfach auch an das Potenzial der Mannschaft glaube. Ich habe bei den Roten gespielt, aber das ist glaube ich schon fast 20 Jahre her, es war 91 bis 97 und ich bin ja kein gebürtiger Bayer. Von daher gesehen bin ich da ganz locker, was das anbelangt. Ja, in München sind meine Kinder geboren, ich habe sieben Jahre hier gelebt. In München habe ich meine schönste Zeit verbracht, von daher gesehen fiel mir der Entschluss wieder hierher zu gehen relativ leicht. Und dass es jetzt dann wirklich noch 1868 München geworden ist, meine neue Arbeitsstelle ist umso besser. Bis zum nächsten Mal.